Speed-Dating auf Schalke, dieses Mal mit sieben Trainern und Profis. 90 Sekunden, Fragen-und-Antwort-Spiel. Gewinnerbeginner heute, Volkan Boulos. Volkan, wo hast du noch Defizite im Haushalt? Was wirft dir deine Frau vor? Sie wirft mir überhaupt gar nichts vor. Sie bedankt sich fast jeden Tag dafür, dass ich ihr immer zur Hand gehe und ihr helfe bei allem, was ich kann. Am liebsten mache ich es so, dass ich mich um den Kleinen kümmere, so dass meine Frau dann den Haushalt schmeißen kann.